Hi! Schön, dass du da bist. Ich habe hier heute ein Kit aus dem riesigen Weihnachts-Xmas-Release von Diamond Adlap, das ich euch zeigen darf. Genau, am Samstag, dem 28. Oktober 2023 erscheinen nämlich 25 Kits, alle rund um Weihnachten, die Feiertage, Winter, Schnee. Mega! Richtig gut, damit Adlap haut richtig was raus. Und ich darf euch heute dieses Kit hier zeigen und zwar, wie ihr seht, das ist ein eckiges und das ist Gnome for the Holidays. Ganz genau, es ist wie gesagt eckiges Steinchen, hat eckige Steinchen und ist 55,8 x 70,7 groß und die Künstlerin ist Maiorin Sanat. Cool, oder? Die Farben sind der Hammer. Wir schauen direkt mal rein. Also, Diamond Adlap haut am Samstag 25 Kits raus und jetzt bis Samstag, diese Woche, werden täglich, ich glaube, fünf Designs vorgestellt bei Instagram und bei Facebook. Ob jetzt alle Kits von Content Creator bei YouTube gezeigt werden, weiß ich nicht, aber ich weiß es auf jeden Fall alle bei Facebook und Instagram veröffentlicht und dann am selben Tag eben auch meistens auf YouTube erscheinen. Was ihr euch so genauer angucken könnt und entscheiden könnt, welches der 25 hier haben wird am Samstag oder überhaupt. Also hier haben wir unseren Sticker, hier haben wir unser Toolkit. Gucke ich heute mal nicht rein. Wir haben einen Stift, wir haben unsere Mehrfachsätze, ein Schilfchen, wir haben Wachs, wir haben Washi-Tape und wir haben ein Coverminer und wir haben eine Pinzette. Wen interessiert, was da so alles beikommt, noch nie ein Diamond Adlap an Kitt gehabt hat oder an Anboxing gesehen hat, der guckt einfach mal in eins meiner anderen Diamond Adlap Sneak Peaks. Da zeige ich das immer ganz komplett. Aber heute habe ich es eilig. Ich will nämlich hier hin. Hier haben wir unser Kit mit den Steinchen. Kapolin Leimer natürlich, Selbstflattening, Gosner Kleber, kennen wir alles. Und ich will jetzt sofort die Gnome sehen. Oh Gott, sind die goldig. Wir haben unser Template. Da sind noch 10% drin, wie immer. Du kannst meinen Code benutzen für 15%, wenn es deine erste Bestellung ist. Schaust du einfach mal unten in die Beschreibung rein. Und hier haben wir unser Sticker-Sheet. Gnome for the holidays. Also Gnome für die Weihnachts- oder für die Feiertage. Und hier Start-Enddatum. Da ist das Bild. Oh, ist das cool. Da ist ganz schön was los. Alle Daten nochmal. Und wir haben 60 Farben auf diesem Sticker-Sheet. Und davon sind 1, 2, 3 ABs. Grün, Rot und Weiß. Und jawoll, 2 Stück. 2 Fairy Dust Diamonds. Das ist hier am Ende das Z. Z 3801 und Z 3824. Das wird, denke ich, einmal Pfirsichfarben sein und einmal Rot. Schauen wir gleich mal genauer hin. Und zwar ist das nämlich hier mit dabei. Das sind unsere Farben. Wow. Und es ist nicht nur weihnachtlich. Es ist halt wirklich meine Lieblingsfarben mit dabei. Hier. So, ne? Teel, Türkis, Grün. Wow. Die Farbpalette ist ja der Hammer für ein Weihnachtsbild. Schaut euch das an. Stehe ich voll drauf. Stehe ich so momentan so richtig drauf. Wow. Wow. Richtig cool. Und soweit ich weiß, macht die liebe Heidi von dem Kanal Craft & Wedding ein Event im November mit Gnomen. Gnovember oder so? Da kann man mit dem Bild hier bestimmt mitmachen. Und dann hat man es fertig zu Weihnachten. Finde ich das eine super Idee. Schaut mal auf ihrem Kanal rein. Wenn ich daran denke, verlinke ich ihr Ankündigungsvideo mal unten. Aber ansonsten Craft & Wedding Heidi. Einfach mal reinschauen. Wow. Toll. Uh. Guckt euch die Nasen an. Mega. Also, wie immer unser Schriftzug. Wir haben links und rechts eine Legende, natürlich. Und hier unten nochmal die Daten. Marjorie Sannert. Schon nie gehört, die Künstlerin. Hier haben wir natürlich unsere Symbole. Und ich gucke gerade. Wow. Es ist tatsächlich nicht wirklich Colorblocking. Wir sind hier wirklich Konfettimäßig unterwegs. Also, ne? Viele Farbwechsel hier auch in den Bäumchen zum Beispiel sieht man es ganz deutlich, dass wir hier super viele Farbwechsel haben. Und dementsprechend halt eben einfach auch ganz viel Details. Guckt euch mal den Bart von ihm an. Also, da kann von Colorblocking keine Rede sein. Das wird super. Auch die Nase. Also, wer auf Konfetti steht, beziehungsweise nicht auf dieses harte Rendering, das haben wir hier definitiv nicht. Wir haben hier kein hartes Rendering. Hier hinten haben wir ein bisschen Colorblocking. Aber selbst da. Guckt, dazwischen. Ne? Um diese Muster im Hintergrund zu generieren. Wir haben hier überall im Hintergrund so Muster und sowas. Also, wer bisher gesagt hat, da mit Adler hat das Rendering, ist mir zu harsch, der sollte sich dieses Kit hier mal angucken. Wow. Toll. Richtig, richtig toll. Ich bin begeistert. Gute, das war die. Gnome, Frau. Ein Weihnachtsstern, ein Bäumchen. Und hier die ganzen Ornamente. Mistelzweig. Friedenstäubchen. Und hier die ganze Christbaumschmuck. Oh, es ist toll. Und es ist nicht so. Also, die Farben sind halt der Wahnsinn. Richtig, richtig gut. So, und da gucken wir jetzt nämlich auch nochmal rein in die Farben zusammen. Also, ich bin doch überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Aber das bringt mich in Weihnachtsstimmung. Ich meine, ich koche gerade Pumpkin Spice Sirup und packe hier ein Weihnachtskit aus. Also, okay, kann man mal machen. Aber wie gesagt, also bald ist Weihnachten. Definitiv. Da, dieser Teelton ist der Hammer. 3.809, die 369, die 712, die 966, die 890, 993, 598 zweimal. Die 597, auch zweimal. Die 3.823 haben wir zweimal. Wir haben die 3.810 zweimal. 3.814, die 319, 322, 312 zweimal. Also, hier auch ganz tolle Blautöne. Und die 699. Boah, die Farben sind so geil. Die 310 einmal. Die 992 zweimal. Ich habe euch gesagt, dass es eckige Steinchen sind. Ja, bestimmt, klar. Ich bin gerade so hin und weg. 336, 803 zweimal. 498, die 814, die 154, die 817. Und da haben wir unser Fairbidden-Stylmond. Ne, diese haben so Glitter drin wie Feenstaub. Auf der Kamera kann man es immer ein bisschen schlechter sehen. Aber die machen ganz zarte Akzente. Ganz toll. Und das ist die Z 3.824. So ein bisschen peachiger Ton. Die 648, die 334, die 368, 828, 991, 700, die 107. Ey, biii. Ein Aurora Boreale-Steinchen. Die reflektieren das Licht wie die Nordlichter und machen damit ganz tolle Effekte. Bisschen wie mehr Jungfrauen-Schuppen. Schauen wir uns auch an, wo die hinkommen gleich. Die 3.808 und die 3.325. Dann haben wir die 912, die Z 3.801, auch das ein Fairbidden-Stylmond. Den schauen wir uns gleich mal genauer an. Die 3.341 und die nächsten ABs, nämlich die 100. Das ist ein grüner AB. Auch oft in Wendell-Speggler-Kids zu finden. Sehr cool. Und der weiße, die 141, den kennen wir alle, ne? Die 702 und die 3.782. Dann haben wir die 841, die 915, die 3.340, die 3.755, 317, 3.608, 3.607, 3.18, 712, 911, 703, 3.706, 333, 3.041, 840, 3.835, 3.033, 910 und die 909. Das war's und jetzt wollen wir aber wissen, wo die ABs und die Fairbidden-Steinchen hinkommen. Und da schauen wir jetzt zusammen mal ganz genau hin. Die grünen ABs, die 100er, ist die Zahl 1. Und ich glaube, dass wir die hier relativ gut verteilt haben auch, ne? Also hier haben wir die 1, hier diese grünen kleinen Flecken. Und hier drüben auch nochmal so ein bisschen den grünen AB hier zum Beispiel ein bisschen mit drin. Dann haben wir ihn hier ein bisschen mit drin. Hier unten so ein bisschen in den grünen Stellen. Und zum Beispiel auch hier unten in dem Lorbeerblatt. Da haben wir, ähm, ist das ein Lorbeerblatt? Ne, ist es nicht. Ist von so einem Mistletoe, ne? Also in diesem Blatt hier unten. Da haben wir diese grünen ABs. Guck mal, hier und das Herz. Hier das Herz auf seinem Bart. Oh, ist das süß. Da sitzt sie auch drin, die grünen ABs. Dann haben wir die roten ABs. Das ist die Ziffer 2 als Symbol. Und natürlich, die ist hier unten in dem Topf von dem kleinen Weihnachtsbaum. Dann haben wir die ABs hier so ein bisschen auf ihrem Kleid. Hier in den roten Stellen ein bisschen. Hier die richtig roten, also hellroten Bereiche von dem Weihnachtsstern hier. Das ist alles der rote AB. Richtig toll. Hier so ein bisschen im Ornament. Hier ein bisschen. Da. Und hier in seiner Mütze. Die hellen Stellen. Mal gucken. Da. Ups. Haben wir den roten AB. Da, wo es so richtig knallrot ist. Hier. Einmal komplett hoch. Und hier ist auch noch mal ein bisschen in dem Glöckchen an ihrem Hut. Den ich übrigens ganz zauberhaft finde. Und ein ganz klein bisschen hier noch mehr drin. Aber wie gesagt, sein Hut und hier der Weihnachtsstern. Und hier im Topf da ist am meisten von diesem roten AB. Dann haben wir den weißen AB. Das ist ein weißes Quadrat mit einem schwarzen Punkt drin. Und das haben wir zum Beispiel diese sehr hellen Stellen hier in seinem Bart. Das ist alles der weiße AB. Und hier oben ein bisschen um dieses Ornament drumrum, die weißen Punkte. Hier ein paar weiße Punkte. Hier seht ihr die. Hier um dieses Herz drumrum, die weißen Punkte. Und auch hier um das Herz an seinem Bart. Da auch die weißen Punkte. Als auch hier unten in diesen Ornamenten. In den Verschlingelungen. Da haben wir auch noch mal überall diesen weißen AB. Genauso wie hier drüben. Da ist auch der weiße AB überall. Richtig, richtig toll. Wow. Und dann haben wir natürlich noch unsere Fairbillers Diamonds. Da haben wir einmal den roten und einmal diesen laxfarbenen gehabt. Der laxfarbene ist tatsächlich hier um diese hellen Stellen hier beim Weihnachtsstern. Und hier in der Mitte. Das ist der laxfarbene AB zum Beispiel. Aber auch hier so ein bisschen an diesem Herz, das hier hinten ist. Und hier diese ganzen hellen Umrandungen von diesem Muster. Das ist alles der laxfarbene AB. Und ein bisschen hier in der Taube hier vorne. So ein ganz kleines bisschen. Da vorne an der Brust von der Taube. Und auch hier im Herz haben wir so ein bisschen davon. Hier auch noch ein bisschen. Dann haben wir eben noch den roten. Und das ist der Buchstabe P. Und den finden wir hier zum Beispiel wieder in seiner Mütze. Hier, hier. So diese Flecken da. Das heißt, wir haben in der Mütze rote ABs. Wir haben laxfarbene Fairbillers Diamonds und rote Fairbillers Diamonds. Wow. Und hier oben in dem Herz ist noch ein bisschen von dem roten Fairbillers Diamond. Hier ein bisschen in der Kugel. Und hier die roten Flecken auf ihrer Mütze. Das sind auch Fairbillers Diamonds. Und hier haben wir auch so ein bisschen noch davon. Also überall, wo so ein bisschen rot ist, hier auch ein paar. Ähm, haben wir die so ein bisschen mit reingesprengelt. Hier unten nicht. Wow. Also, ähm, das wird der Wahnsinn. Das wird richtig, richtig gut. Und es ist mal was anderes. Es ist mal ein anderes Gnomenbild. Es ist mal ein anderes Weihnachtsbild. Und wirklich auch was zum Aufhängen. Ich finde es toll. Ich finde es toll. Und ich liebe die Farben. Ich liebe die Farben. Also, schaut euch heute, was alles so rauskommt. Instagram, Facebook, by Diamond and Art Club wird es diese Woche richtig, richtig, richtig knallen. Schaut bei den anderen Content Creators rein. Ähm, und auch von mir wird vielleicht noch was kommen. Ha! Mal sehen. Also Augen und Ohren offen halten. Ich habe, glaube ich, noch was richtig, richtig Gutes hier neben mir stehen. Mal schauen. Lass dich überraschen. Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Kennst du ja. Und ich freue mich auf deine Kommentare. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Wie findest du das Bild hier? Und bist du so aufgeregt wie ich? 25 Weihnachtsbilder diese Woche. Uh! Wow. Diamond and Art Club. Wow. Ja. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann kannst du mich gerne hier abonnieren. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren natürlich für alle, die das schon getan haben. Und hoffe, dass wir uns in meinem nächsten Video hier jetzt als Bad Reader sehen. In diese Woche kommt ein bisschen was. Und ja. Bis dahin. Passt du bitte gut auf dich auf. Bleib schön kreativ. Und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dann. See ya! Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.